Kennen Sie das? Ärgerlich, nicht wahr? Doch überlegen Sie mal, wie Sie sich fühlen. Sie arbeiten ohne Dank, um Ihr Leben schöner zu machen. Einsam, ungeliebt, verletzt. Körperlich, verbal, seelisch missbraucht, damit wir bekommen, was wir wollen. Merken Sie nicht, dass Sie Ihr Bestes geben. Sie versuchen nicht, die Welt zu erobern, sondern nur einen kleinen Platz in Ihrem Herzen. Denken Sie daran, Automaten. Sie sind voller Kinder.